Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Über 100 gastfreundliche Coop-Restaurante gibt es in der ganzen Schweiz. Sie müssen also unterwegs oder wenn Sie in die Ferien gehen, auf die gewohnte Ambiance nicht verzichten. Aber gerade beim Auswärtsessen kann es ja schon manchmal Probleme geben. Vor allem dann, wenn Sie an eine besonders gesundheitsbewusste Ernährung gewohnt sind. Aus diesem Grund können Sie jetzt ab sofort in allen Coop-Restauranten das neue Menü Light bestellen. Das leichte und ausgewogene Menü Light enthält weniger Fett und Kalorien, aber mehr Vitamine und Eiweiss und ausserdem weniger als 500 Kalorien pro Mahlzeit. Dem Menü Light können Sie vertrauen, weil es von der Coop-Ernährungsberaterin zusammengestellt und jeden Tag frisch von speziell geschulten Köchen zubereitet werden. Die Menü Light enthält viel Gemüse und Salat mit mageren Fleisch, zur Abwechslung auch Fisch und Eier und andere hochwertige Zutaten. Und was gibt es eigentlich in der Woche für ein Menü Light in den Coop-Restaurants? Ja, da schau, einen schönen Gemüsteller mit einem verlorenen Ei. Light essen ist gut, zu Hause essen ist gemütlich. Besonders gemütlich ist um diese Jahreszeit eine Suppe in der Nacht mit einer appetitlichen, feinen Suppe von Knorr. Mit einem gehaltvollen, bekömmlichen Spezialbrot Dunkel vom Coop-Bäck und einem Parmesan Grana Padano, einem vielseitigen Hartkäse aus Italien. Oder einem Philadelphia-Doppelrahm Frischkäse im praktischen Becher. Bald geht es wieder ab auf die Piste und damit man dann bei jedem Wetter rundherum geschützt ist, gibt es jetzt bei Coop wieder die topmodische Skibekleidung für Mädchen, Buben und sogar für die Kleinsten. Und das alles für die Equalität zu einmalig günstigen Preisen. Jede Woche informiert über die aktuellsten Angebote, über Trends in Politik und Wirtschaft und anderes mehr, werden Sie in der neuen Coop-Zeitung, die Ihnen als Coop-Mitglied gratis zugestellt wird. Eine Coop-Mitgliedschaft bringt Ihnen aber auch noch weitere Vorteile, die Sie nützen sollten. Schauen Sie doch die Extra-Zeitung an, die diese Tage in Ihrem Coop-Bladen aufliegt. Ich kann Ihnen verraten, es lohnt sich. Etwas, was auch jede Woche in der Coop-Zeitung erscheint, das ist das Rezept und das wollen wir Ihnen jetzt noch zeigen. Die Saison für inländische Röseliköle ist leider nur kurz. Sie geht von Anfang Oktober bis Mitte Dezember. Umso mehr sollten Sie jetzt vom Vitamin C reichen Wintergemüse profitieren. Hier ein einfaches Rezept. 750 Gramm Röseliköle für vier Personen rüsten, ein Ziebel und ein Bund Peterli fein hacken, 150 Gramm Vorderschinken in Streifli schneiden. Alles zusammen im heissen Anken etwa fünf Minuten dämpfen. Ein bisschen Bouillon dranlegen, ein Knoblauchzeichen dazu legen und dann 15 Minuten zudecken und köcheln lassen. Kurz vor dem Anrichten kommt dann noch der Rahmen dazu. Weil Röseliköle sehr wenige Kalorien hat, passt er ausgezeichnet zu Fleischgerichten wie Pflügel oder Wild. Das Rezept finden Sie in der Coop-Zeitung von dieser Woche und ich wünsche einen guten. Und damit sind wir am Schluss von heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und weiterhin noch einen schönen Abend. Von morgen an gibt es wieder neue Sonderangebote in Ihrem Coop-Bladen. Was sehen Sie gerade anschliessend? Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop Arnischocchi, jede Tafel nach 100 Gramm, 30 Kappen günstiger. Vier Goldstarr-Käseküchli statt 285, nur 32. Gerbergala-Doppelrahmkäse, 2x80 Gramm, statt 350, nur 260. Korall-Feinwäschmittel, statt 1050, nur 48. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag, ein Tiroler Cake statt 380, nur 3 Franken. Bindt die, Herr Töpfel, in den Tragtaschen an 2,5 Kilo für nur 2,20. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!